Neuer Tag und neues BVB-Video. Ich bin euch noch die Analyse vom Spiel Phönix-Lübeck gegen Borussia Dortmund schuldig und ich muss sagen, die Lübecker haben sich echt gut geschlagen, gerade die zweite Halbzeit ging nicht nur unentschieden aus, nein, da muss ich sogar sagen, fand ich Lübeck sogar besser, zumindest von den Chancen her. Ja, und das muss man am Ende aussagen, lässt natürlich einige Fragen offen, beziehungsweise auch einige Kritik zu. Dennoch möchte ich erstmal die positiven Sachen mit euch besprechen, was hat mir gut gefallen und ich gehe mit euch erstmal die Statistik durch, also Schüsse 9 zu 11, aber bei den Torschüssen sind wir dann ganz klar vorne, wo ich aber auch sagen muss, wo sind denn die ganzen Pfosten und Aluminium-Treffer dabei, dann hätte er doch eigentlich mindestens dort hier eine 4 oder 5 stehen müssen, aber dann gut, Ballbesitz ganz klar für Dortmund sollte aber auch gegen einen Regionalligisten, also einen Viertligisten so sein, Pässe heftig über 1000 und Passgenauigkeit 94% und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mir recht gut gefallen hat. Klar muss man auch sagen, haben wir gegen einen Regionalligisten gespielt, aber es war wirklich mal nach sehr langer Zeit ein Spiel, wo wir den Ball gerne gehalten haben, viel hin und her gepasst haben und geguckt haben, wie können wir unsere Spieler in den Spitzen füttern und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, am besten haben mir dort Süle und auch Pascal Groß gefallen, gerade Pascal Groß war wie ein Quarterback, der hat ja auch gleich nach 3 Minuten das Tor von Waldemar Anton per Ecke vorbereitet, die Ecken fand ich auch in der ersten Halbzeit zumindest durchaus gar nicht so schlecht und dann stand es nach 3 Minuten schon 1 zu 0 für den BVB und dann dachte man, okay, das wird jetzt hier eine lockere Nummer, war es dann aber gar nicht so, denn es hat sich dann echt so ein bisschen gezogen, die erste halbe Stunde fand ich uns zwar dann immerhin noch besser und auch generell viel am Ball und gerade auch Pascal Groß hat mir sehr gut gefallen, der quasi mit der Nummer 13 hier der Quarterback und das Gehirn unseres Spiels war, sie hat immer wieder den Ball gefordert und auch bekommen, weitergeleitet und ja nicht nur das 1 zu 0 vorbereitet, sondern auch das sehenswerte 3 zu 0 von Julian Brand sehr schön vorbereitet und ja, von mir und nicht nur von mir ist er auch der Man of the Match, das kann man schon mal zu Beginn sagen. Ja, kommen wir aber auch direkt zu den Spielern und den Bewertungen. Kobel hat nur eine Halbzeit spielen können aufgrund einer leichten Rückenverletzung, ich hoffe, das ist jetzt nichts Tragisches, hatte in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zu tun, einmal gab es einen Freistoß, der knapp am Tor vorbei ging, okay, aber sonst war da jetzt auch nichts Wildes, also er war jetzt nicht großartig gefördert und kriegt von mir dann eine klarte 2, hat ja nichts viel zu tun, was gibt man da einem Torwart, ich würde auch dann die Gesamtnote geben für unsere beiden Torhüter, dass, ja, dann Alexander Mayer, das in der zweiten Halbzeit ja auch passabel zu Ende bekommen hat, obwohl der natürlich wesentlich mehr aufs Tor bekommen hat und wenn dann auch hinter sich greifen musste oder der Vossen oder die Latte gerettet hat, muss man auch fairerweise sagen, weil trotzdem will ich jetzt den Torhütern ja eine 2 geben, ja, als Gesamtleistung. Anton kriegt von mir eine 1,5, der hat mir echt gut gefallen und wie gesagt, ich sage ja auch immer was Positives, auch wenn ich dann vielleicht einen Transfer mal kritischer fand, ich habe ihn ja dann verstanden als Mats Hummels wirklich nicht und der postet immer noch bei Instagram, vielleicht ist euch das auch gefallen, immer noch alles über den BVB, ich könnte mir sogar auch vorstellen, weil irgendwie, wenn man jetzt auch mit der Dreierreihe plant, wenn sich einer da verletzt, wer soll denn da spielen, klar können wir da immer irgendeinen Can oder so mal ausprobieren, aber so wie Can gespielt hat, muss ich sagen, bitte nicht, vielleicht wäre es doch auch nochmal clever, vielleicht bei Mats Hummels anzuklopfen und zu sagen, Mensch, wenn du jetzt noch keinen Verein gefunden hast, wenn du noch ein Jahr Bock hast, warum eigentlich nicht, ja, gerade wenn man jetzt die Dreierreihe hier so sieht, brauchen wir eigentlich noch einen, der auch internationales Niveau hat, finde ich sonst ein bisschen dünn, ihr könnt mich gerne erschlagen wieder in den Kommentaren, was ich hier für Ideen habe, aber warum nicht, bislang ist Mats Hummels ja noch zu haben und vielleicht kriegt man ja doch nochmal irgendwie, ja, das Ganze geklärt. Niklas Süle hat mir auch sehr gut gefallen, ich würde dem auch eine 1,5 geben, muss ich sagen, weil der hat immer den Ball auch als Assistent von Pascal Groß sehr oft gefordert und war sehr, sehr beisicher. Ich glaube, der hat auch über 94 oder 98 Prozent Pässe gespielt, die ankamen, was ja auch schon sehr, sehr gut ist. Also der muss ja dann wirklich dann, ja, maximal einen Fehlpassgefühl gespielt haben. Schlotterbeck fand ich dann ein bisschen schlechter, der kriegt von mir eine 2, hat einen Foul gezogen. Ja, ich fand den jetzt am schlechtesten von den Dreien, muss ich sagen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und sei es drum. Auf jeden Fall schön, dass Waldemar Anton auch sein erstes Tor gemacht hat nach der tollen Ecke von Groß und es dann wirklich auch gut losging. Riason fand ich richtig schlecht heute, muss ich sagen. Er kriegt maximal eine 4, ja, eine Gnadenvier, weil ich ihn mag. Und Emre Can kriegt von mir eine 5. Er hat zwar sein Tor gemacht per Elfmeter, das kann er, aber die erste Halbzeit gegen einen Regionalligisten so schlecht zu spielen und Pascal Groß quasi überhaupt nicht zu entlasten im Mittelfeld. Und das Spiel dermaßen langsam zu machen, da sehe ich eine große Baustelle. Also neben der linken Verteidigung, muss ich sagen, ein Sechser auf internationalem Niveau wäre sehr wichtig. Interessant ist aber auch, dass neben Moukoukou auch Özcan nicht im Kader war, obwohl beide fit sind. Vielleicht passiert da doch noch was, ja. Ich hätte aber fast schon eher Özcan lieber behalten als Emre Can. Aber nun gut, anscheinend ist Schalen ein großer Fan. Pascal Groß, also Can eine 5, Pascal Groß kriegt von mir eine 1. Zwei tolle Vorlagen gemacht, war Dreh- und Angelpunkt mit Abstand der Beste. Gerade das Tor auf die Vorlage auf Julian Brandt fand ich sehr, sehr sehenswert und schön. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Brandt hat sein Tor gemacht und war auch immer anspielbereit. Ich habe da aber irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe quasi das, was Pascal Groß gemacht hat, irgendwie von Brandt erwartet. Aber vielleicht kriegt Brandt jetzt eher die Bälle aufgelegt und mit seinem guten Abschluss dann mehr Tore diese Saison, weil er so ein bisschen entlastet wird von Pascal Groß. Also es sei es drum, so oder so ist es mir recht. Julian Brandt kriegt von mir auch eine 2+, würde ich sagen, eine 2. Gittens fand ich relativ schlecht, der kriegt von mir eine 4. Er hat sich oft verzettelt und verheddert, genauso wie Ade Jemi, hat mir überhaupt nicht gefallen. Bemüht, ja, beide bemüht und wollten, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Und da warte ich irgendwie dann mehr, wenn man dann auch mal die Chance bekommt. Also das könnte für Duran Will auf jeden Fall gut laufen, wenn Gittens so weitermacht. Und Ade Jemi, muss ich sagen, war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. So oder so, muss ich sagen, kriegen beide von mir maximal eine 4, eine Gnaden 4, ja, stets bemüht. Aber sonst war das nicht so dolle. Und ja, als dann Duran Will reinkam und Kutu gleich mit einer super Aktion mehrere Leute umkurvt und dann diesen tollen Pass auf Duran Will gemacht, der dann sein erstes Tor für Dortmund geschossen hat, was mich sehr gefreut hat. Und man hat auch richtig gemerkt, dass die ganze Mannschaft sich für ihn sehr freut nach der langen Verletzungszeit. Und ja, das macht Hoffnung und Bock auf mehr. Das waren so die positiven Sachen. Sabitzer kriegt von mir eine 2,5. War jetzt nicht so auffällig, aber auch kein schlechter Spieler an dem Tag. Also da war wirklich Emre Can insgesamt, würde ich sagen, das Schlechteste von allen. Ja, ohne jetzt auf ihn rauftreten zu wollen, aber gerade über die zweite Halbzeit muss man dann halt auch sprechen. Das wunderschöne Tor zum zwischenzeitlichen 1 zu 3, ja, ist doch schon fast ein Tor des Monats, dass er wunderschön den Ball erobert und dann in den Giebel als Abwehrspieler, also Hut ab, ja, macht auch nicht jeder. Ja, und sehr, sehr schönes Tor. Und dann hatte Lübeck sogar noch drei weitere Großchancen, also dreimal Aluminium, ich glaube einmal Latte und zweimal Pfosten. Also der hätte, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, auch zwischenzeitlich vielleicht 3-3 oder 4-3 stehen können, 4-4 stehen können. Aber ich glaube, so oder so, selbst wenn jetzt alle Dinger von Lübeck reingegangen wären, wären wir stark genug gewesen, am heutigen Tag auch dann noch das fünfte oder sechste nachzulegen. Ich muss aber auch sagen, ich bin sehr froh, dass die Dinger gegen Pfosten gegangen sind, dass wir uns da nicht komplett blamiert haben, weil wie gesagt, das wäre schon sehr, sehr peinlich gewesen. Ich muss aber sagen, die zweite Halbzeit fand ich wirklich katastrophal. Das tut mir leid, ja, ich habe durchaus positive Dinge gesehen, aber dass wir da kaum Chancen uns erarbeitet haben und Lübeck sogar besser, ja, zumindest von den Großchancen war und sich viel klare Chancen rausspielen konnte als Regionalliga-Team gegen einen Champions-League-Finalisten, das macht einen schon so ein bisschen stutzig und das muss man hier auch einfach nochmal kritisieren, finde ich zumindest. Das soll es dann aber für heute auch gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und schreibt mal unten euer Fazit rein, wie ihr das so seht, ich bin gespannt drauf, bis dann und ciao, ciao.